In diesem Video geht es um meine drei größten Fehler, die ich im Door-to-Door gemacht habe, die zu massiven Umsatzrückgängen geführt haben und die du definitiv nicht wiederholen solltest. Viel Spaß mit dem Video. So ziemlich jeder, der startet im Door-to-Door, macht gewisse Fehler, tritt in gewisse Fettnäpfchen rein, die nicht zu einer Umsatzsteigerung führen, sondern die einfach nur darauf basieren, dass man nicht bereit ist, auf andere zu hören, die diese Fehler bereits in der Vergangenheit gemacht haben. So ein ganz klassischer Fehler, was auch mein erster Fehler im Door-to-Door gewesen ist, ist Termine an der Haustür auszumachen. Wir kommen aus der Kaltakquise, haben mit Strom und Gas an der Tür damals gestartet. Und ich weiß noch den allerersten Tag, wo auch dann Sabrina an der Tür gestartet hat und wir zu zweit an der Tür waren, waren wir sehr viel unterwegs, haben nur jeder einen Vertrag geschrieben, aber neun Termine ausgemacht. Und ganz stolz haben wir im Büro erzählt, hey, wir haben zwar nur jeder eingeschrieben, aber neun Termine gemacht, mindestens sieben davon sind sicher, dass wir heute schon jeder mindestens sieben Verträge haben. Und alle anderen meinten, so ein Quatsch, das funktioniert nicht mit Terminen, du wirst die Erfahrung selber machen, die Leute sagen das nur, um dich abzuwimmeln. Und wir waren völlig überzeugt davon, dass das nicht so ist. So wie das viele Leute sind im Door-to-Door-Vertrieb, die starten. Auch wenn wir das schulen, mach keine Termine an der Haustür. Die Leute machen mit dir nur einen Termin, um dich abzuwimmeln. Wenn du nicht in der Lage bist, ihn jetzt zu closen, wirst du auch nicht in der Lage sein, ihn morgen zu closen. Wenn du nicht die Einwandbehandlung beherrschst in der Kaltakquise, an der Tür direkt on spot beim ersten Besuch zu closen, dann wird es auch nicht beim Termin klappen. Und genau so war es. Die ganzen Termine haben nicht stattgefunden, die Leute haben die Tür einfach nicht wieder aufgemacht, die waren wie verschollen, wie auf einem anderen Planeten. Wir haben uns gewundert, was los war und waren natürlich ein bisschen enttäuscht. Aber haben daraus die Lektionen, das Learning gezogen, dass es überhaupt keinen Sinn macht, Termine an der Haustür auszumachen. Ja, selbst wenn du im Glasfaserbereich tätig bist. Ich gebe zu, dort ist es bei 10% der Leuten so, dass du nicht drum rum kommst. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel die Mann-Frau-Einwandbehandlung oder den Einwand bekommst, hey, mein Mann macht das, der ist das, was ich sah. Dann kriegst du schon in 20, 25% der Fällen das in dieser Thematik gelöst. Vor allem, wenn der dominantere Teil der Beziehung gerade vor dir steht. Aber in wenigen Fällen macht es da Sinn, einen Termin auszumachen. Genauso auch im Bereich Heim und Haus. Ja, wenn du wirklich Bauelemente an der Tür verkaufst oder ähnliches. Dann gibt es Situationen, wo es Sinn macht, beim zweiten Termin zu closen. Bei 90%, 95% aller Situationen macht das aber überhaupt keinen Sinn. Du solltest definitiv die Finger davon lassen und einfach jetzt den Abschluss machen. Das sind auch so simple Beispiele, wie wenn du jetzt unterwegs bist und kalt klingeln warst und die Frau sagt, nein, mein Mann macht das. Du machst einen Termin aus für 18 Uhr, dass du da nochmal vorbeikommst. Dann ist das komplett sinnlos, weil du musst zu diesem Termin hinfahren. Du erwartest dort eine Person, die wahrscheinlich schon von ihrer Frau zu hören bekommen hat, hey, da war einer, keine Ahnung, was der wollte. Der Mann sagt, ja, der wollte bestimmt irgendwas verkaufen, hat mir gar kein Interesse. Ja, der kommt um 18 Uhr nochmal, ja, dann sage ich dem direkt, ich habe da keinen Bock drauf. Du hast meistens negativ vorgeframete Leute, die du dann antriffst zu diesem Termin. Zusätzlich noch die Zeit, die du investieren musst, um zum Termin zu fahren. Das bedeutet, du kannst auch einfach die Person liegen lassen, zu der nächsten Haus zu gehen. Das dauert 10 Sekunden und du triffst auf eine frische Person, die keine negative Einstellung hat und die Wahrscheinlichkeit, da einen Abschluss zu machen, ist viel höher und unterm Strich ist deine Zeiteffizienz weitaus besser. Das ist Fehler Nummer 1, den du nicht an der Tür machen solltest. Spar es dir, Termine zu machen. Fehler Nummer 2. In den ersten 2 Wochen an der Tür habe ich nicht richtig durchgezogen. Ich habe angefangen um 10, 10.30 Uhr und meistens war ich schon um 15 Uhr durch, bin nach Hause gefahren. Das Resultat davon war, dass ich in den ersten 2 Wochen eine 1, eine 2, eine 3, einmal eine 5, da war ich aber auch ein bisschen länger bis 18 Uhr, dann wieder eine 2, eine 2, eine 1, eine 1, dann mal eine 3, so ziemlich loste durchschnittliche Zahlen hatte. Und wenn ich eine Sache gelernt habe in den letzten 4,5 Jahren dort oder dort, ist folgende. Wenn du bereit bist, den harten Weg zu gehen, wird dein Leben leicht. Wenn du bereit bist, nur den leichten Weg zu gehen, wird dein Leben hart. Die Frage ist gar nicht, ob du den Preis investierst. Die Frage ist nur, ob du ihn jetzt investierst oder in der Zukunft. Erfolgreich sein ist hart. Kein Erfolg zu haben ist genauso hart, wenn nicht härter. Hast du Erfolg, hast du viel zu tun, musst auch bereit sein, hart zu arbeiten und vor allem eine sehr starke mentale Stärke entwickeln und vor allem viele Skills. Hast du keinen Erfolg, musst du mit Schulden klarkommen, mit offenen Rechnungen klarkommen, mit Gläubigern klarkommen, mit dem Gefühl, dass du nichts leistest, dass du kein wertvolles Mitglied der Gesellschaft bist und so weiter und so fort. Der Unterschied ist bloß, dass du für den Misserfolg den Preis erst in der Zukunft zahlen musst und jetzt das Angenehme hast. Du kannst jetzt Netflix gucken, du kannst jetzt Playstation spielen, du kannst dich jetzt mit deinen Freunden im Park treffen zum Feiern, du kannst jetzt in die Disco gehen, du kannst jetzt den Pleasure genießen, du hast den Pain aber in der Zukunft. Das ist erst sehr angenehm und dann sehr unangenehm in der Zukunft, aber langfristig sehr unangenehm. Willst du erfolgreich werden, musst du erst den Preis vorher bezahlen. Der Preis muss im Vorhinein bezahlt werden und der ist nicht gering. Und dann hast du aber in der Zukunft die Lorbeeren und dann guckst du zurück und bist stolz, du hast keine finanziellen Probleme, dein Leben wird viel, viel, viel leichter, wenn du erfolgreich wirst. Und da wir damals, als wir im Dor-to-Dor gestartet haben, die Situation hatten, dass wir über 70.000 Euro Schulden hatten, hatten, ja, im Sommer 2018. Ich 30, Sabrina 40, gesamt 70.000, bereits die Wohnung gekündigt war, etc. Und Sabrina auch jeden Abend geweint hat zu Hause und ich nicht wusste, was ich irgendwie machen sollte. War es dann so, dass wenn ich an der Tür gewesen bin und ich im Kopf hatte, okay, ach scheiß drauf, ich will jetzt einfach nach Hause fahren, hatte ich sofort das Bild, Sabrina weint abends auf der Terrasse und ich weiß nicht, was ich machen soll. Also war es angenehmer für mich jetzt einfach durchzuziehen. Und dadurch ist Work Ethic entstanden. Dann war irgendwann die Frage, warum sollen wir nicht den ganzen Tag unsere Zeit mit Geld verdienen verbringen? Es macht doch viel mehr Spaß. Wir sind zusammen im Team unterwegs, es macht Spaß, die Kunden zu drehen, es macht Spaß, die Einwandbehandlung zu machen, es macht Spaß, die Leute zu überzeugen, es macht Spaß, die Mittagspause zusammen zu machen, es macht Spaß, nach der Arbeit zusammen noch trainieren zu gehen, es macht Spaß, das Gefühl zu haben, jeden Tag 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 Euro oder mehr zu verdienen. Das macht doch viel mehr Spaß, als wenig zu verdienen. Warum sollten wir nicht den Großteil unserer Zeit am Tag mit Geld verdienen verbringen? So, und dadurch ist Work Ethic entstanden. Wir haben den Sinn erkannt, darin hart zu arbeiten und die Lorbeeren zu ernten. Nur wenn du Speed drauf hast, Geschwindigkeit drauf hast, bereit bist, die Zeit zu investieren, wirst du auch an deinem Ergebnis ankommen. Wenn du immer nur das Minimum machst, wenn du eigentlich ein Sixpack haben willst, aber jeden Abend Snickers isst, wenn du eigentlich deine Traumpartnerin kennenlernen möchtest, aber immer nur irgendwelche One-Night-Stands machst, dann wirst du nicht da ankommen, wo du zwingend ankommen möchtest, sondern du wirst ganz woanders ankommen, weil du nicht bereit warst, den Preis zu bezahlen. Wenn du nicht bereit bist, den Preis zu bezahlen für den RS7, dann zahl halt den Preis für den A1. Aber dann gib dich auch zufrieden damit, dass der A1 nicht ansatzweise so geil ist mit dem RS7 und dann zeigt keine Reue. Wenn du aber diese Videos guckst, und die guckst du mit Sicherheit nicht, weil du da bleiben willst, wo du sein willst, sondern weil du weiterkommen willst, weil du lernen willst, weil du weißt, dass wir Plan haben von Door-to-Door und du weißt, dass es keinen gibt, der so viele Einblicke in unterschiedliche Firmen in Deutschland hat, außerhalb von uns, dann geh doch deinen richtigen Weg, Mann. Zieh durch. Geh den harten Weg. Dein Leben wird dadurch leicht. So, und Punkt Nummer drei, Fehler Nummer drei, der sehr repräsentativ zum dabeligen Zeitpunkt gewesen ist, ist folgender. Wenn du relativ frisch bist im Door-to-Door, dann verlässt du dich natürlich meistens auf Aussagen von erfahrenen Kollegen. Besonders, wenn diese sich sehr selbstbewusst dir gegenüber präsentieren und der Meinung sind, sie haben eine Menge Plan von dem, was sie da tun. Auch wenn es die Zahlen nicht zwingend widerspiegeln. Du als Neuling das aber nicht richtig einschätzen kannst und dementsprechend Wert auf deren Meinung legst. Das war bei mir damals auch so gewesen. Ich habe in den ersten ein, zwei Wochen an der Tür noch auf die Leute gehört, die wenig Ergebnisse haben, oder die das zumindest vielleicht teilweise fünf, sechs, sieben, acht Jahre gemacht haben, aber trotzdem nur einen Vierer-Tagesdurchschnitt hatten. Wenn die gesagt haben, das Gebiet ist scheiße, das ist durch, da ist doch jeder schon drin, dann war ich negativ eingestellt, wollte entweder nicht in dieses Gebiet gehen oder habe das dort nur halbherzig durchgearbeitet. Und ich sage dir eins, Dort-to-Door ist ein reines Mindset-Game. Wenn das hier stimmt, wenn deine Denkweise stimmt, und die kannst du meistens nicht alleine fixen, weswegen wir sehr intensive Mindset-Trainings bei uns haben im Coaching. Aber wenn dir einmal stimmt, bist du unaufhaltsam an der Tür. Wenn du aber auf Leute hörst, deren Mindset nicht stimmt und dementsprechend auch deren Zahlen nicht stimmen, dann solltest du das nicht machen. Weil nur weil die Erfahrungen haben, heißt das ja nichts. Die Erfahrung ist ja offensichtlich nichts wert. Die Erfahrung wäre was wert, wenn sie zu Ergebnissen führen würde. Aber wenn ich ein erfahrener Arzt bin und jede OP versage und immer irgendwie falsch schneide, dann bringt meine Erfahrung überhaupt gar nichts. Die bringt nur was, wenn ich alle OPs erfolgreich bewältige und eine der besten Quoten habe, die du irgendwie finden kannst. So, und dementsprechend, höre nicht auf Leute, die nicht da sind, wo du sein willst. Wenn die Person, die dich ausbildet, nicht die Zahlen hat, die du haben willst, nicht den Lifestyle führst, den du leben willst, nicht die Ergebnisse vorzuweisen hat, aber dir die ganze Zeit erzählen will, wie es läuft, dir die ganze Zeit irgendwelche negativen Glaubenssätze einsetzen möchte, das Gebiet geht nicht, mit dem Produkt ist schwierig, den Kundentyp kannst du nicht machen, Einwandbehandlung bringt nichts, geh einfach schneller weiter, geh nur auf Gesetz der Zahlen und so weiter und so fort, dann ist das dein Untergang, wenn du auf diese Person hörst. Höre ausschließlich auf Leute, die da sind, wo du hin willst, die die Ergebnisse haben, die du haben willst und wahrscheinlich noch ein bisschen darüber hinaus sogar liegen. Dann wirst du auch da ankommen, wo du am Ende sein willst. Merke dir, wenn du die Meinung von einer Person annimmst, kaufst du deren Lifestyle. Kaufst du deren Meinung, kaufst du deren Lifestyle. Kaufst du das, was sie sagen, wirst du das Leben, was sie leben, früher oder später leben. Und das ist eines der relevantsten Dinge überhaupt, weil Glauben hier mehr. Es geht viel mehr im Door-to-Door, als du dir jetzt vorstellen kannst. Und selbst wenn du diesen Satz hörst, kannst du dir gar nicht vorstellen, wie viel eigentlich in diesem Geschäft möglich ist. Wir haben hunderte Leute, hunderte auf mehr als 100, 120, 150 Verträge im Monat gebracht. Wir haben Dutzende Leute auf 200, 220, 250, 300 Verträge gebracht. Wir haben zig Unternehmer auf sechsstellige bis siebenstellige Monatsumsätze in diesem Geschäft tatsächlich gebracht. Und Leute immens erfolgreich gemacht. So, und wenn du gerade noch nicht da bist, wo du sein willst, wenn du alle Fehler, alle Fettnäpfchen, in die du treten kannst, als Door-to-Door-Neuling oder bereits als erfahrener Kollege nicht mehr reintreten möchtest, dann trag dich einmal über oder unter dem Video ein zum kostenlosen Erstgespräch. Wir machen mit dir eine Analyse, gucken, wo du wirklich stehst, was du brauchst, wo du wirklich hin willst und schauen, ob wir da gemeinsam zueinander passen und wir dir helfen können, dein Geschäft wirklich aufs nächste Level zu katapultieren. Mit den Worten, tritt nicht in die drei Fehler rein, in die Fettnäpfchen, die ich dir gerade genannt habe. Vermeide diese und du wirst schneller nach vorne kommen.